So, ich stelle euch heute den zweiten Teil der Denver Dragons vor. Der ist geschrieben worden von Ava Cross, erschienen beim Written Dreams Verlag. Teil 1 dreht sich um Maddox und Annie. Diese Stories in sich abgeschlossen, kann ganz unabhängig gelesen werden. Und in diesem zweiten Teil dreht es sich um Chandler und Peyton. Und zwar auch ein in sich abgeschlossenes Buch ohne fiesen Cliffhanger. Man bekommt von A bis Z alles geliefert. Und am Ende des Buches ist man wahrlich... So ging es mir. Aber dazu am Ende mehr. Also wie gesagt, ich nehme euch mit in Chandler und Peyton. Und wünsche euch ganz viel Spaß. Bin gespannt, was ihr sagt. Cover ist mega hübsch. Cover ist wirklich mega hübsch. Ich mag das Design sehr. Am ersten haben wir ja den Football drauf gehabt, in diesem Dunkelblau. Hier sind wir jetzt in diesem Patrol und haben einen Footballhelm drauf. Also A weiß man sofort, um was dreht es sich. Also es ist witzig um Football drehen. Es ist eine Sports-Romance und das Design ist sofort bei mir hängen geblieben. Und etwas, wo ich glaube ich, mal abgesehen davon, dass ich wirklich alle Bücher von Ava kenne, ein absoluter Coverkäufer gewesen wäre. Also wäre mir Ava nicht bekannt und wäre das mein erstes Buch, was ich von ihr wahrgenommen hatte, werde ich es sofort, ohne Klappentext gelesen zu haben, mir zugelegt. Es hat mich sofort angesprochen. Genau. Die Widmung für meinen Bruder. Kapitel 1 Chandler. Es läuft die letzte Minute des Spiels gegen die Kansas Bulls. Wir liegen fünf Punkte hinten und wenn wir jetzt einen Touchdown schaffen, haben wir verloren. Wenn wir jetzt keinen Touchdown schaffen, haben wir verloren. Der folgende Spielzug ist gewagt, denn statt es über Bobby, einen der beiden Wide Receiver, zu versuchen, werde ich einen Pass auf den Tide entwerfen. Matt, Max und ich sind ein eingespieltes Team und seine erstaunliche Schnelligkeit wird uns hoffentlich den Arsch retten. Unser Center ist bereit und nickt mir zu. Wir stehen an der Line of Scrimmage und ich tausche, auch mit den anderen Mitspielern Blicke aus, ehe ich das Kommando gebe. Down, Set, Hut. Der Ball wird mir hingehalten, ich schnapp ihn mir und werfe einen langen Pass, in der Hoffnung, dass Matt Max ungehindert durchstarten konnte. Wie in Zeitlupe segelt das Ei durch die Luft, bis es sicher in den Händen des Titan landet, der sich mit einem beherzten Sprung in die Endzone wirft. Jubel brandet auf, das Publikum tobt und der Stadionsprecher brüllt Touchdown für die Dragons! durch die Lautsprecher. Ich renne zu Matt Max, der mir grinsend entgegenkommt und mich in eine kräftige Umarmung zieht. Der Pass war genial, lubt er mich, bevor er von den Mannschaftskameraden vor Freude fast zu Boden gerissen wird. Coach Wilson ruft uns vom Spielfeldrand zur Ordnung und wir begeben uns zur 15-Yard-Line, von wo aus Kyle, unser Kicker, hoffentlich für einen Extrapunkt sorgen wird. Die Sekunden laufen runter, der Ball wird positioniert, er läuft an und befördert das Ei zielsicher zwischen die Torstangen hindurch. Der Schiedsrichter pfeift ab und um uns herum erklingt tosender Applaus. Ich kann kaum glauben, dass wir das Spiel doch noch gewonnen haben und somit auf Platz 2 der aktuellen Tabelle liegen. Die Breeze-Season hat zwar gerade erst begonnen, aber jeder Sieg ist ein wichtiger Schritt. Wir verabschieden uns von den Gegnern, die frustriert vorm Feld gehen, wofür ich Verständnis habe, denn sie lagen lange in Führung. Anschließend drehen wir noch eine Runde über das Field, um uns beim Publikum für die großartige Unterstützung zu bedanken. Tatsächlich ist das eine der wenigen Momente, in denen ich es genieße, im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen. Als Quarterback ziehe ich automatisch die größte Aufmerksamkeit auf mich, was sich nicht verhindern lässt. Mad Max nimmt mir viel ab, der ganze Medienrummel ist sein Ding. Auch wenn er in letzter Zeit vorsichtiger geworden ist, weil ihm die Presse aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände eine Zeit lang übel mitgespielt hat. Das Feiern mit den Fans im Stadion ist für uns Sportler etwas Besonderes. Nach einem Sieg wie heute wird einem wieder richtig bewusst, wie sehr unsere Anhänger für den Verein leben und welche Verantwortung wir als Mannschaft tragen. Es ist eine Symbiose, die mit nichts zu vergleichen ist. Und das Glücksgefühl, das mich in diesem Moment überkommt, ist unbeschreiblich. Ich liebe meinen Job, obwohl er nicht nur positive Seiten hat. Eine gute halbe Stunde später begeben wir uns in die Umkleideräume, wo der Coach und der Rest des Trainerteams bereits auf uns wartet. Jungs, das war eine tolle Leistung. Eine tolle Leistung, lobt uns Chefcoach Sean Wilson. Wir müssen lachen, denn immer wenn er wirklich begeistert ist, wiederholt er sich. Feiert den heutigen Sieg aber nicht zu ausgiebig. Wir sehen uns morgen pünktlich um 12 Uhr zur Analyse. Viel Spaß. Mit diesen Worten verlässt er die Kabine, begleitet von lauten Jubel der Mannschaft. Ich entledige mich des Trikots und befreie mich von den Shoulderpads, als Bradley, unser Running Back, der auf den Spitz am Bear hört, auf die Bank steckt. Wer kommt mit in Jacks Bar? ruft er in die Runde und die Teamkameradenstimmen seinem Vorschlag begeistert zu. Seid ihr auch dabei? fragt er Maddox und mich, nachdem er wieder auf den Boden gesprungen ist. Mad Max und ich müssen noch zur Pressekonferenz, erkläre ich, und kann den genervten Unterton nicht ganz verdrängen. Die Jungs wissen, wie sehr mir diese Termine zuwider sind. Ich komme aber nach. Ja, ich ebenfalls, verspricht der Tidend, ehe er in Richtung der Duschen verschwindet. Cole, unser zweiter Right Receiver, gesellt sich zu uns. Maddox' Geburtstagsgeschenk ist angekommen. Er hat am Freitag Geburtstag und wir haben für ihn eine Flasche exklusiven Tequila bestellt. Normalerweise haben wir uns innerhalb der Mannschaft darauf geeinigt, dass Geschenke den Wert von 1000 Dollar nicht überschreiten sollten. Doch da Cole, Bradley und ich zusammenlegen, geht das in Ordnung. Großartig freue ich mich, denn es war nicht klar, ob wir den Zuschlag bekommen würden, da es insgesamt nur 100 Flaschen von diesem Tequila gibt, von denen lediglich 50 in die USA verkauft wurden. Bear und Cole unterhalten sich noch über den Deal, während ich mich beeile, weil ich gleich vor die Presse treten und mich zum Spiel äußern muss. Nachdem ich geduscht und mich umgezogen habe, stellen wir uns den Fragen der Reporter und Mad Max macht wie so oft seine Späße. Was allerdings die Kleine von CBS4 unbeeindruckt lässt. Knallhart hinterfragt sie unsere Strategie und stellt den heutigen Sieg beinahe wie einen Glücksfall dar. Ich weiß wirklich nicht. Warum Bradley so vernarrt in sie ist, doch er versucht es immer wieder bei ihr, sobald sich ihm die Gelegenheit bietet. Bist du ja jedoch ohne Erfolg. Sie ist eiskalt, sieht ihren Job gnadenlos durch und ist offenbar sogar gegen den Scham des Thailand-Immonen. Eineinhalb Stunden später betreten Maddox und ich Jackie's Bar, in der die Stimmung schon ausgelassen ist. Froh, diesen Pressemist hinter mir zu haben, bahne ich mir einen Weg zu meinen Kumpels, die an einem der großen Tische im hinteren Bereich der Bar sitzen. Ein paar der Cheerleaderinnen haben sich dazu gesellt. Unter ihnen ist auch Virginia, die mir bereits seit geraumer Zeit schöne Augen macht. Sie ist unbestritten schön und hat eine tolle Figur, aber sie gehört zu den Frauen, die nur das Ziel verfolgen, sich einen gut verdienenden Football-Spieler zu angeln, um ein unbeschwertes Leben führen zu können. Nachdem Bär sie nach einem One-Night-Stand vor die Tür gesetzt hat, versucht sie nun ihr Glück bei mir. Sie rücken alle ein Stück zusammen, sodass Mad Max, der gerade einen Anruf entgegennimmt, und ich Platz auf der langen Bank finden. Wie bitte? Du musst lauter sprechen. Maddox verdreht die Augen. Ja, ich habe den Ersatzschlüssel dabei. Wir sind in Jackies Bar. Annie? Frage ich und bestelle für uns zwei Bier, einen goldenen Tequila und einen Rum. Nein, Peyton, sie hat mal wieder den Schlüsselzimmer Apartment bei mir zu Hause vergessen. Bei der Erwähnung seiner kleinen Schwester durchzuckt mich ein merkwürdiges Gefühl. Ich habe sie vor einigen Wochen auf Bradleys Party kennengelernt. Wir haben uns eine Weile über Football unterhalten, bevor sie sich etwas zu trinken holen wollte. Und ich sie aus den Augen verlor. Sie machte auf mich einen aufgeweckten und erstaunlich bodenständigen Eindruck, wenn man bedenkt, dass ihre Eltern ein Star-Anwälte und ihr Bruder Profi-Footballer ist. Die Begegnung mit ihr ist mir als äußerst angenehm im Gedächtnis geblieben, und ich erinnere mich noch gut an den Duft ihres Parfums. Jacqueline, die von allen nur Jackie genannt wird, und der dieser Laden gehört, bringt uns die Getränke. Ihr Freund Bobby, einer unserer Wide Receiver, nutzt die Gelegenheit, ihr ungeniert an den Arsch zu packen, während sie eine andere Hand auf den knackten Knie einer Cheerleaderin ruht. Sie zwingt sich zu einem Lächeln in seine Richtung, ehe sie zur Theke zurückkehrt. Ich stoße mit den anderen an und merke, wie langsam der Stress vor mir abfällt. Als Quarterback lastet der größte Teil der Verantwortung auf meinen Schultern. Das Feiern tut mir gut und lässt mich abschalten, bis Peyton Donovan die Bar betritt. Sie fällt mir sofort ins Auge, als sie mit einem umwerfenden Lächeln auf unseren Tisch zukommt. Maddox, deine Schwester, hat eine tolle Ausstrahlung. Und obwohl sie bloß ein schlichtes Sommerkleid mit einer Jeansjacke darüber trägt, kann ich den Blick nicht von ihr abwenden. Ihr dunkelbraunes Haar hat sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, und das dezente Make-up betont ihre faszinierend blauen Augen. Durch ihren Bruder weiß ich, dass sie erst 21 ist, doch bei unserem Gespräch wirkte sie sehr viel reifer als andere Mädchen in ihrem Alter. Hey, Sis, das ging schnell, wird sie von ihrem Bruder begrüßt. Ich will aufstehen, damit sie sich neben ihn setzen kann, doch sie legt ihre zierliche Hand auf meinen Brustkorb. Bleib ruhig sitzen, Woody, ich bleib nicht lange, sagt sie etwas lauter in mein Ohr, und ich nehme den angenehmen Duft ihres Parfums wahr, an dem ich mich so gut erinnere. Sie ruft ein fröhliches Hallo in die Runde, bevor sie bei Jackie ein alkoholfreies Bier bestellt und sich auf die Kante der Bank neben mich setzt, sodass sich unsere Oberschenkel berühren. Mad Max reicht ihr den Schlüssel, den sie in ihrer Handtasche verschwinden lässt. Das war ein perfekter Pass, schwärmt sie und schenkt mir einen anerkennenden Blick. Dein Bruder ist für einen Teil denn verdammt schnell, sonst wäre so ein gewagter Spielzug nicht möglich gewesen, spiele ich meine Leistung runter und sie lacht. Ja, er musste früher mal hinter mir herren, das war offenbar ein gutes Training, scherzt sie. Nun beugt sich Maddox vor, der uns wohl zugehört hat. Dieses kleine Biest hat einen meiner ersten Liebesbriefe, die ich damals an meine Angebetete geschrieben habe, geklaut und sich darüber lustig gemacht, mischt er sich ein. Seine Schwester scheint kein schlechtes Gewissen zu haben. Liebesbrief? Echt jetzt? Willst du mit mir gehen? Kreuze an. Ja? Nein? Vielleicht. Ich muss lachen, während mein Kumpel eine zerknirschte Miene zieht. Übung macht den Meister. Annie hat sich jedenfalls noch nicht beschwert, erklärt er überzeugt und lehnt sich wieder zurück. Jackie bringt die nächste Runde und Peyton stößt mit uns an, ehe sie ein Stück ihres Biers trinkt. Der Schaum bleibt an ihrer Oberlippe hängen und fasziniert beobachte ich, wie sie mit der Zunge darüber fährt, um ihn abzulecken. Sie ist nicht die erste Frau, die das tut, und doch tönt es mich irgendwie an. Shit! Was zum Teufel habe ich da gerade gedacht? Sie ist die kleine Schwester meines besten Kumpels und Teamkameraden. Ein größeres Tabu gibt es gar nicht. Vielleicht brauche ich mal wieder einen One-Night-Stand, um Druck abzulassen, wenn mich schon derart perverse Gedanken überkommen. Hey, da kommt ja Annie, ruft Bradley begeistert. Maddox' schwangere Freundin hat viel mit ihrem Catering-Unternehmen zu tun, deswegen bekommen wir sie nur selten zu Gesicht. Peyton und ich erheben uns sofort und die beiden Frauen begrüßen sich herzlich, ehe Annie auf der Bank zu ihrem Freund durchrutscht, der sie augenblicklich in einen innigen Kuss verwickelt. Da jetzt nur noch ein Sitzplatz frei ist, biete ich ihm Peyton an, doch sie schüttet mit dem Kopf. Ich trinke nur aus, dann fahre ich nach Hause, erwidert sie und bleibt stehen. Du kannst mir einen Platz auf deinem Schoß anbieten. Sie zwinkert mir zu, meine Kehle fühlt sich plötzlich staubtrocken an. Nachdem ich mich hingesetzt habe, lässt sie sich auf meinem Knie nieder und trinkt einen weiteren Schluck des alkoholfreien Biers. Wenn ich dir zu schwer werde, musst du es sagen, knickt sie mich und ich versuche, mich lässig zu geben, obwohl mir alles in Aufruhr ist. Trinke einfach schneller, ich spüre mein Bein jetzt schon kaum noch, scherze ich und mache ein leidendes Gesicht, was sie zum Lachen bringt. Sie schlägt mir spielerisch gegen den Oberarm, ehe sie eine Unterhaltung mit Annie beginnt. Es geht wohl um einen Aushilfsjob, aber ich kann mich nicht auf das Gespräch konzentrieren, wenn mir Peytons warmer, weicher Körper so nahe ist. Scheiße, worauf habe ich mich da nur eingelassen? Ich greife um sie herum, um meinen Rum herunterzukippen. Hey, schaut mal, auf Chandlers Schoß sitzt eine Frau, verkündet Bobby plötzlich lautstark. Sämtliche Köpfe rücken in meine Richtung und für einen Moment wird es still am Tisch. Auch Mad Max sieht sie mir und winkt dann ab. Ist nur meine Schwester. Entspannt setzt er seine Unterhaltung mit Cole und Bradley fort, das scheint für die anderen zu reichen und sie widmen ihre Aufmerksamkeit wieder den bisherigen Gesprächen. Ich wage einen Blick zu Peyton, die mich nur grinsend ansieht und mit den Schultern zuckt. Tja, ich bin ihm nur die kleine Schwester. Genau, und ich bin bloß der Stuhlersatz, mormel ich und frage mich, warum ich anscheinend der einzige wäre, der in ihr die wunderschöne Frau sieht, die sie zweifelsohne ist. Weil sie Mad Max' Schwester ist und somit eine Art Unantastbarkeitsneurum, spricht meine innere Stimme zu mir. Gut 20 Minuten später erhebt sie sich und ich atme unauffällig auf. Vielen Dank für die Sitzgelegenheit, sagt sie und schenkt mir ein Lächeln, ehe sie kräftig auf den Tisch klopft und sich auf diese Weise von den anderen verabschiedet. Während die Feier ihren Lauf nimmt, kreisen meine Gedanken nur um das, was eben in mir vorgegangen ist. Fuck Heute ist Maddox Geburtstag. Er feiert mit einigen seiner Mannschaftskameraden eine Gartenparty, worauf ich mich riesig freue. Da ich mich für Pädagogik als Hauptfach entschieden habe, bin ich erst vor kurzem für mein Studium in diese Stadt gezogen. Ich kenne noch nicht viele Leute hier, deshalb bin ich froh, dass mein großer Bruder an meiner Seite ist. Nächste Woche beginnt das Semester und ich hoffe, dass ich schnell Anschluss finden werde, damit ich mir einen eigenen Freundeskreis aufbauen kann. Nichts gegen Maddox Teamkameraden von den Denver Dragons. Für sie bin ich jedoch nur seine kleine Schwester und sie verhalten sich so, als käme schon ein Verbrechen gleich, sich nur mit mir zu unterhalten. Mir ist durchaus bewusst, dass es innerhalb der Mannschaft einen Bro-Code gibt und die Schwester eines Mannschaftskameraden ein absolutes Tabu ist. Aber man wird doch noch zusammen Spaß haben dürfen, wobei ich gestehen muss, dass meine Gedanken gegen Quarterback betreffend nicht ganz so unschuldig sind, wie sie sein sollten. Chandlers ruhiger und zurückhaltender Art wirkt auf mich unglaublich anziehend. Abgesehen davon ist er extrem gut aussehend und strahlt eine Männlichkeit aus, die den Kerlen in meinem Alter fehlt. Egal, für wie cool sie sich halten. Natürlich bin ich für ihn, wie auch für die anderen Dragons, Luft, sodass ich sämtliche Fantasien, die in diese Richtung gehen, schnellstens unterbinden sollte. Da mir mein Bruder eine Fernbedienung für das hohe Tor, das sein Zuhause vor neugierigem Blickenschutz gegeben hat, fahre ich direkt auf das Grundstück und sparke meinen 68er Plymouth, die mir Grandpa zu meiner bestandenen Führerscheinprüfung geschenkt hat, bevor er nur drei Monate darauf verstarb, vor der breiten Doppelgarage. Als ich aussteige, wehen mir die typischen Geräusche einer Party entgegen. Ich folge dem schmalen Kiesweg, der um das Haus herum führt und bleibe einen Moment stehen, um das bunte Treiben, das sich im Maddox großen Garten abspielt, zu beobachten. Die Dragons sind wahre Feierbiester und obwohl ich nur eine knappe Stunde zu spät bin, ist hier bereits der Teufel los. Die Musik schallt aus riesigen Lautsprechern und heizt die Stimmung ordentlich an. Wie jedes Jahr hat mein Bruder sämtliche Nachbarn eingeladen, damit sich niemand beschweren kann. Auf der Terrasse sind ein überdimensionaler Grill und ein fantastisches Buffet aufgebaut, das keine Wünsche offen lässt. Soweit ich das von hier aus erkenne, hat sich Annie selbst übertroffen. Ich halte Ausschau nach dem Geburtstagskind und entdecke ihn mit einigen seiner Teamkameraden im rückwärtigen Teil des Gartens. Zu meiner Enttäuschung ist Chandler nicht unter ihm. Traust du dich nicht zu ihm, weil du eine Stunde zu spät bist? Raunt mir eine stunkle Stimme von hinten ins Ohr. Ich fahre erschrocken herum und pralle gegen den Quarterback. Da er mich um gut 20 Zentimeter überragt, muss ich zum Aufsehen. Unsere Blicke verhaken sich ineinander und ein nervöses Kribbeln breitet sich in meinem Körper aus. Seine faszinierend grünen Augen ziehen mich in ihren Bann und ich vergesse für einen Moment sogar das Atmen. Er räuspert sich und löst den Blickkontakt, indem er zu Boden zieht. Plötzlich taucht Cole neben uns auf. Hallo, Peyton! begrüßt er mich kurz, ehe er sich an seinen Kumpel wendet. Hey, Woody! Da bist du endlich! Wir haben extra mit dem Geschenk gewartet, bis du hier bist. Kommst du mit? fragt Chandler. Doch, ich schüttel mit dem Kopf. Geht ruhig vor, ich komme gleich nach, antworte ich, beobachte die beiden, als sie zu meinem Bruder gehen und ihm zusammen mit Bear eine Flasche überreichen. Wie ich Maddox kenne, dürfte es sich um Tequila handeln. Er nimmt sie mit einem ehrfürchtigen Blick entgegen, mustert sie neugierig, ehe Chandler etwas sagt und alle anfangen, herzhaft zu lachen. Ich kann die Augen nicht vom Quarterback lassen. Er trägt ein weißes Hemd, dessen obere Knöpfe offen stehen, eine tiefsitzende schwarze Jeans, stylische Boots und Lederarmbänder an den Handgelenken. Sein dichtes, dunkelblondes Haar ist modisch geschnitten und der Dreitagebart macht ihn noch attraktiver. Schon bei unserem ersten Aufeinandertreffen auf Bears Geburtstagsparty vor wenigen Wochen hatte er eine merkwürdige Anziehungskraft auf mich. Hallo, Peyton! Ich habe schon gedacht, du drückst dich vor dem Haufen Wahnsinniger. Begrüßt mich Annie und ich reiße mich von Chandlers Anblick los. Grandpas Auto hat Ärger gemacht. Er wollte nicht anspringen. Nie im Leben würde ich mir diesen Spaß hier entgehen lassen, erkläre ich fröhlich. Du hast die erste Karaokeinlage deines Bruders leider verpasst, aber ich denke, es wird nicht die letzte sein. Sie lacht und ich stelle mal wieder fest, wie lieb ich sie in den vergangenen Wochen gewonnen habe. Sie passt perfekt zu Maddox und ich bin froh, dass er endlich die richtige gefunden hat. Dann werde ich meinem großen Bruder mal sagen, dass er ein alter Sack ist, scherze ich und gehe auf die Gruppe zu. Ich trete hinter das Geburtstagskind und halte ihm die Augen zu. Hm, lass mich raten. Ziemlich klein, riecht besser als ein Kerl und hat eindeutig ein schlechtes Gewissen wegen der einstündigen Verspätung. Rät er und ich muss lachen. Er dreht sich zu mir, hebt mich hoch und wirbelt mich einmal im Kreis herum, bevor er mich wieder absetzt. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich drücke ihm einen dicken Schmatze auf die Wange. Ein Geschenk habe ich nicht für ihn, denn unter uns Geschwistern haben wir irgendwann die Vereinbarung getroffen, uns nichts zu schenken. Vielen Dank, Sis. Er wuschelt mir durch die Haare, was ich eigentlich hasse, aber ihm heute ausnahmsweise durchgehen lasse. Hast du Hunger? Annie hat wirklich gezaubert. Uns hast du nicht so nett gefragt, beschwert sich Bradley. Du hattest die erste Wurst schon gegessen, ehe du ihm gratuliert hast, sagte Cole und wir müssen lachen. Erstmal möchte ich etwas trinken. Dumbo hat mal wieder gestreikt und ich habe eine Stunde in der prallen Sonne gestanden, bevor ich jemanden gefunden habe, der mir Starthilfe geben konnte. Erläutere ich ihm, während wir zusammen mit Chandler die Terrasse ansteuern. Wer ist Dumbo? fragt Chandler neugierig und ich muss schmunzeln. Mein Auto, ein Schrotthaufen. Ich will hier seit Jahren schon einen neuen Wagen kaufen, aber sie hängt an dem Ding, weil Grandpa es ihr geschenkt hat. Unterbricht mich Maddox und ich sehe ihn böse an. Nie im Leben würde ich ihn verkaufen, nur weil er ein wenig in die Jahre gekommen ist. Das könntest du sowieso vergessen, da niemand würde dir die alte Karre für die alte Karre noch etwas zahlen. Profiziert mich mein Bruder und sein Kumpel beobachtet amüsiert den kleinen Schlagabtausch zwischen uns Geschwistern. Mams alter Toyota steht auch noch bei mir in der Garage, mischt er sich nun ein und wirft Maddox einen entschuldigen Blick zu. Siehst du, Bruderherz, Woody versteht mich, erkläre ich trotzig und hake mich bei dem Quarterback ein, der mich mit einem überraschten Gesichtsausdruck zum Grill führt. Obwohl sie lediglich unsere Arme berühren, genieße ich seine Nähe und atme den angenehmen männlichen Duft ein, der von ihm ausgeht. Leider löst er sich ziemlich schnell von mir und in dem Vorwand, mir ein Würstchen auf den Teller überlegen zu müssen. Anschließend entschuldigt er sich und geht zur Mannschaftsart, dessen Namen mir gerade nicht einfallen will. Bilde ich mir das nur ein oder ist er von mir geflüchtet? Neugierig beobachte ich ihn und unsere Blicke treffen sich immer wieder für einen Moment, ehe er sich erneut seinen Gesprächspartner zuwendet. Ich habe Spaß an diesem harmlosen Flirt, wenn man es überhaupt so bezeichnen kann. In den kommenden Stunden feiern die Dragons ausgelassen. Ein paar Mal werde ich zum Tanzen aufgefordert, wobei die Teamkameraden meines Bruders jedoch strikt auf einen gewissen Sicherheitsabstand zu mir achten. Ich fühle mich, als hätte ich eine ansteckende Krankheit und ziehe mich irgendwann, als es bereits dunkel ist, in das kleine Gartenhaus im hinteren Teil des Gartens zurück. Die schlichte, aber gemütliche Einrichtung besteht aus einer Eckbank mit einem Tisch und einem kuscheligen Sofa. Indem ich ein paar Kissen zur Seite geschoben habe, lasse ich mich auf die Couch schweigen und beobachte durch die offene Tür das bunte Treiben. Plötzlich erscheint Schändler am Türrand. Darf ich? fragt er höflich. Und ich nicke, woraufhin er sich auf die Bank setzt, die Sitzgelegenheit, die so ziemlich am weitesten von mir entfernt ist. Ich kann mir einen enttäuschten Seufzer nicht verkneifen und verdrehe die Augen. Was ist los, Payton? Will er nun wissen und nimmt einen Schluck aus seiner Bierflasche, die er mitgebracht hat. Stinke ich oder bin ich irgendwie abstoßend? Er sieht mich überrascht an, bevor er eine Augenbraue fragend in die Stirn zieht, was bei ihm unglaublich sexy aussieht. Alle halten Abstand. Die wenigsten unterhalten sich mit mir länger als fünf Minuten, erkläre ich frustriert. Schändler lacht dunkel auf, was in meinen Bauch ein aufgeregtes Kribbeln auslöst. Du bist Mad Max' kleine Schwester und keiner von uns würde es wagen, auch nur den Verdacht zu erregen, Interesse an dir zu haben. Und deshalb traust du dich nicht, dich neben mich zu setzen? Ziehe ich ihn auf und seine Lippen verziehen sich zu einem Schmunzeln. Dafür habe ich meine ganz eigenen Gründe pelten, murmelt er mehr an sich hinein, doch laut genug, dass ich seine Worte verstehen kann. Meine Güte! Mir tut alles so, als wäre es gefährlich, in meiner Nähe zu sein. Genervt stehe ich auf, gehe zur Tür, aber im gleichen Moment springt auch Schändler auf und stützt sich mit der Hand am Türrahmen ab, sodass er mir den Weg nach draußen versperrt. Uns trennen in diesem Augenblick nur wenige Zentimeter und ich schaue fragend zu ihm auf. Unter seinem intensiven Blick werden meine Knie weich und mein Herz schlägt schneller. Als er sich zu mir herunterbeugt, schließe ich in Erwartung eines Kusses die Augen, doch seine Lippen streifen nur für den Bruch der einer Sekunde die meinen. Die Gefahr geht von mir aus, knurrt er dicht an mein Ohr, er sich wieder aufrichtet und auf diese Weise etwas Abstand zwischen uns bringt. Ehe ich die Möglichkeit habe, auf seine Aussage zu reagieren, löst er sich vom Türrahmen und verschwindet in den Garten, um sich wieder zu den Teamkameraden zu gesellen. Ich sehe ihm nach und kann nicht anders, als dabei, seinen knackigen Hintern zu bewundern, während ich mich frage, was das gerade war. Kapitel 3 Schändler Seit Maddox Geburtstagsparty vor zwei Wochen kann ich nicht aufhören, an Peyton zu denken. Ich bin mir sicher, dass es nur der Reiz des Verbotenen ist, der sie so attraktiv für mich macht, was jedoch untypisch für mich ist, denn normalerweise gehe ich ärger großräumig aus dem Weg. Der Mannschaftsbus hält soeben vor dem Stadion und wir steigen müde aus. Das gestrige Auswärtsspiel haben wir knapp verloren, was ärgerlich ist, weil wir die Führung im letzten Viertel aus der Hand gegeben haben. Die Stimmung im Team ist gedrückt, da half auch meine kleine Ansprache gestern Abend nicht. Der Coach ist zuversichtlich, dass wir das kommende Heimspiel gewinnen werden und hat uns geraten, einen Haken hinter diese Niederlage zu machen. Während wir darauf warten, dass der Busfahrer unsere Sporttaschen aus dem Gepäckraum wirft, nimmt Maddox einen Anruf entgeben. Shit, das habe ich total vergessen, tut mir leid, sis. Als ich mitbekomme, dass er mit Peyton Televue intoniert, horche ich auf, bevor ich mir gedanklich dafür einen Schlag auf den Hinterkopf verpasse. Markus, Annys bester Freund, hat uns zum Dinner eingeladen, erklärt er zerknirscht und fährt sich durch die Haare. Kannst du die Kinocad nicht umtauschen? Während ihre Antwort lauscht, fasse ich einen Entschluss, bevor ich mir sicher bin, dass ich ihn später womöglich bereuen werde. Welcher Film? Mische ich mich ein und hoffe gleichzeitig, dass es eine Liebensschnurze ist, um doch noch einen Rückzieher machen zu können. Der neue Marvel, heute Abend um acht, sagt Maddox und ich zeige ihm mit einem breiten Grinsen den Daumen nach oben. Wenn es für dich in Ordnung ist, würde Woody gern für mich einspringen. Er hört einen Augenblick zu, dann lächelt er und verabschiedet sich von seiner Schwester. Kannst du sie kurz nach sieben abholen? bittet er mich und ich nicke. Offenbar hält er mich nicht für eine Gefahr und vertraut darauf, dass ich mich, wie es sich für einen guten Kumpel gehört, an den Bro-Code halte. Sie ist letztens schon wieder mit ihrem Wagen liegen geblieben und ich will nicht, dass ihr das womöglich nachts mitten in Denver passiert. Vielleicht sollte sie Dumpe mal in die Werkstatt bringen, schlage ich vor, doch Mad Max schüttet den Kopf. Sie hat Angst, dass sie ihr dort raten, das Auto zu verschrotten. Das blöde Ding ist ein ewiges Streitthema zwischen uns. Ja, das habe ich bereits auf seiner Geburtstagsparty mitbekommen. Schmunzelt nehme ich meine Tasche entgegen, die mir der Fahrer soeben reicht. Anschließend verabschiede ich mich vom Rest der Mannschaft und gehe jetzt meinem Audi A7, der im Vergleich zu den Fahrzeugen einiger meiner Teamkameraden eher unauffällig daherkommt. Kaum sitze ich in den Steuer, klingelt mein Handy. Hey Dad, wie geht's dir? Frage ich, während sich das Audiosystem mit dem Smartphone verbindet und ich den Motor starte. Ich habe das Spiel gesehen, war nicht deine Schuld, brummt er. Automatisch muss ich grinsen. Mein Dad hat eine sehr eigene Sicht der Dinge, was Football angeht. Gewinnen die Dragons, ist das in seinen Augen oft ganz allein mein Verdienst. Verlieren sie, haben alle anderen Fehler gemacht. Und jegliche Versuche, von mir ihm zu erklären, dass es sich um einen Mannschaftssport handelt, sind in der Vergangenheit gescheitert. Danke Dad. Hast du noch Zeit für einen Kaffee? Ich könnte in 20 Minuten bei dir sein. Natürlich, mein Sohn. Ich freue mich. Bis gleich sage ich und beende das Gespräch. Mein Vater steht kurz vor der Rente und obwohl er es nicht nötig hätte, arbeitet er noch täglich in der Werkstatt, die er gemeinsam mit meinem älteren Bruder Cliff betreibt. Bereits als Kinder gab es für uns kaum etwas Spannenderes. Als Dad dabei zu beobachten, wie er jedes Auto wieder zum Laufen brachte. Als ich auf den Hof fahre, kommt er gerade raus, wischt sich die ölverschmittenen Hände an einem Tuch ab und grinst mir entgegen. Ich parke den Wagen auf einem der Kundenparkplätze, bevor ich aussteige und er mich zur Begrüßung eine feste Umarmung zieht. Dass ich das T-Shirt im Anschluss waschen muss, ist mir egal. Komm, setz dich! Er zeigt auf die mittlerweile in die Jahre gekommenen Gartenmöbel, die bereits so lange ich denken kann, vor dem Büro stehen. Es ist Dad Lieblingsplatz, weil er von hier aus alles im Blick hat, auch wenn er Pause macht oder sich eine Zigarette gönnt. Warum solltest du nicht aufhören? Frag dich, als er sich eine anzündet und sich auf seinen angestammten Platz setzt, während ich mich auf einem der anderen Stühle niederlasse, wobei ich jedes Mal damit rechne, dass das alte Möbelstück unter mir nachgibt. Er innerliert tief und ein zufriedenes Lächeln erscheint auf seinem Gesicht. Ich habe gerade meinen Gesundheitscheck hinter mir. Mein Arzt sagt, ich bin so fit wie ein 20-Jähriger. Warum sollte ich mir den ganzen Mist mit den Entzugserscheinungen antun? Kopfschillend beobachte ich, wie er erneut eine Zigarette zieht. Durch die harte Arbeit in der Werkstatt ist mein Dad tatsächlich noch in guter körperlicher Verfassung. Hey Bro, holst du dich bei Dad über das verkackte Spiel aus? ruft mein Bruder quer über den Hof und läuft mit einem süffisanten Grinsen auf uns zu. Unser Verhältnis ist nicht das Beste. Er kommt mit meinem Erfolg als Quarterback nicht so besonders gut zurecht und wirft mir vor, Dad und ihn mit dem Betrieb hängen gelassen zu haben. Dass ich die Schulden, die sie für das Gebäude aufnehmen mussten, gleich vom ersten Gehalt beglichen habe, hat an seiner Einstellung nichts geändert. Es ist auch schön, dich zu sehen, Cliff, gebe ich zurück, ohne auf seine Provokation einzugehen. Er setzt sich auf den freien Stuhl neben Dad und nimmt einen Schluck aus der Wasserflasche, die auf dem Tisch steht. Kannst du dir den schicken Schlitten überhaupt noch leisten, sobald du auf der Ersatzbank sitzt? Solltest du weiter so beschissen spielen, wird das sicherlich bald der Fall sein, greift, giftet er und ich atme tief durch. Wie nett von dir, dass du dir so große Sorgen um meine Zukunft machst, erwidere ich in gespielten, lockeren Ton. Lasst uns doch über was anderes reden, steht Dad vor, der es nicht ausstehen kann, wenn die Stimmung angespannt ist. Was haltet ihr davon, am Samstag mal wieder etwas zusammen zu unternehmen, so wie wir das oft gemacht haben, bevor eure Mutter? Auch nach drei Jahren fällt es ihm schwer auszusprechen, dass sie tot ist. Ich werfe Cliff einen wahnenden Blick zu und er nickt kaum merklich. Es ist einer dieser seltenen Augenblicke, in denen ich mich mit meinem Bruder verbunden fühle. Ich bin dabei, erklärt Cliff. Jetzt muss ich allerdings weitermachen. Im Gegensatz zu dir, Bro, muss ich hart für mein Geld arbeiten. Mit diesen Worten steht er auf und schlendert zurück in Richtung Werkstatt. Sei mir nicht böse, bittet mich Dad, wenn er die Zigarette im Arschmacher ausdrückt. Er hat es im Moment nicht leicht. Ich verknäffe mir die Bemerkung, dass er ihn jedes Mal in Schutz nimmt. Ist schon in Ordnung. Was ist eigentlich mit eurem Wide Receiver Bobby los? Dem sind eine Menge Fehler unterlaufen, wechselt er das Thema und in der kommenden Stunde unterhalten wir uns über Football, wie wir es immer getan haben. Als das Telefon im Büro klingelt, verabschiede ich mich von Dad, so gern ich auch Zeit mit ihm verbringe. Er hat volle Auftragsbücher und ich möchte nicht schuld daran sein, dass er Überstunden schieben muss. Auf dem Weg nach Hause denke ich darüber nach, ob sich das Verhältnis zu meinem Bruder irgendwann bessern wird. Nachdem ich den Audi in der Tiefgarage des Lake House Buildings neben Moms alten Toyota geparkt habe, fahre ich mit dem Fahrstuhl in den zwölften Stock, wo sich mein Loft befindet. Ich liebe es, weil es trotz der Nähe zum Stadion ruhig gelegen ist und dank der betonten tiefen Fenster einen herrlichen Blick über den Sloan Lake bietet. Meine Tasche stelle ich im Flur ab, ziehe die Sneaker aus, bevor ich in die Küche gehe und im Kühlschrank nach etwas Essbarem suche. Ich esse selten zu Hause, weshalb ich nur einen Joghurt und einige Isodrinks vorfinde. Verdammt, vielleicht hätte ich meiner Hauseltern doch eine Einkaufsliste schreiben sollen. Miss Fernandez arbeitet seit zwei Jahren für mich. Sie kommt dreimal die Woche zum Saubermachen, Wäsche waschen, einkaufen. Ich schnappe mir den Joghurt, nehme meinen Löffel aus der Schublade und schlende ins Wohnzimmer, wo ich mich auf die Kaltsch fallen lasse. Als ich nach dem Handy greife, auf dem ich zahlreiche Spiele gespeichert habe, klingelt es. Das Display zeigt eine unbekannte Nummer an und ich überlege, ob ich rangehe. Manchmal schaffen es, ehrgeizige Reporter an meine Privatnummer zu kommen, wodurch gezwungen bin, sie ein bis zweimal im Jahr zu wechseln. Nur eine Handvoll Menschen. Weiß, wie ich privat zu erreichen bin. Seufzend entscheide ich mich, den Anruf anzunehmen, innerlich darauf vorbereitet, mit einem Pressefußig zu sprechen. Ja, sage ich knapp. Hey Schändler, hier ist Peyton, meldet sich Mad Max, Schwester fröhlich und ganz automatisch schleicht sich ein Lächeln auf meinen Lippen. Ha, du bist das. Ich hatte schon befürchtet, dass ich mal wieder meine Nummer austauschen lassen muss. Maddox hat sie mir gegeben. Er meint, das wäre okay für dich. Solange du dich nicht in eine irre Stalkerin verwandelt und mich mit Nachrichten und Anrufen zuspannst, hat er recht. Verflixt, du hast mich durchschaut. Jetzt werde ich mir wohl etwas anderes überlegen müssen, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen, scherzt sie und bringt mich zum Grinsen. Da bin ich aber gespannt. Hättest du Zeit und Lust, dich bereits früher mit mir zu treffen? Ich habe noch nichts gegessen und befürchtet, dass das Grummeln meines Magens den Film übertönen könnte. Mein Kühlschrank gibt nicht viel her, deshalb dachte ich, wir könnten vorher etwas essen gehen. Schlägt sie vor. von einer Bre configurung und der Töne und der Töne. Das war so wichtig, zur Töne dabei. Scherzt sie vor,